Jesus und Nikodemus Jesus bringt einem Menschen etwas bei Eines Nachts kam ein Mann namens Nikodemus zu Jesus. Nikodemus war einer der jüdischen Leiter. Er wollte sich mit Jesus unterhalten. Nikodemus sagte zu ihm, Jesus, wir wissen, dass Gott dich geschickt hat. Du könntest nicht solche großen Wunder tun, wenn es nicht so wäre. Jesus erklärte ihm, Ich möchte dir etwas sagen. Keiner kann in Gottes Königreich kommen, wenn er nicht neu geboren wird. Nikodemus war verwirrt. Wie kann denn ein erwachsener Mann neu geboren werden? Er kann ja nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkriechen. Du bist doch ein gebildeter Mann und müsstest eigentlich wissen, wovon ich rede. Wenn du dich nicht neu für Gott entscheidest und dich taufen lässt und Gottes Heiliger Geist dich nicht zu einem neuen Menschen macht, Kannst du nicht zu Gott kommen? Nikodemus begriff immer noch nicht, was Jesus meinte. Da erklärte er ihm noch genauer, wie man zu Gott kommen kann und dass Jesus selbst der Weg dorthin ist.